Hi, mein Name ist Mika. Ich bin hier in der Film-Acting-School Cologne im zweiten Ausbildungsjahr. Ich bin ein bisschen müde, denn ich habe gestern den Geburtstag meiner Schwester gefeiert und heute den meiner Freundin. Und habe von einer Dreijährigen meine Fingernägel lackiert bekommen zum ersten Mal. Ich schreibe Songtexte und erlerne die Schauspielerei und es macht mir Spaß und man lernt nie aus. Danke für euer Zuhören.